Heute ist der Berufsinformationstag bei der BSR im Ausbildungszentrum am Mierendorfplatz. Ich bin heute hier, um meine Ausbildung zu unterstützen bei Fragen der neuen potenziellen Kfz-Mischertroniker. Und ja, vielleicht finden wir ein paar Interessenten, denen ich viele Informationen noch geben kann, bei denen halt noch Fragen offen sind. Das spezialisiert natürlich auch auf die IT, weil ich bin Informatikkaufmann, da kann ich natürlich am meisten darüber erzählen. Wir haben heute sogar extra ein Auto mitgebracht, um zu veranschaulichen, dass die Ausbildung in Zukunft viel mit Elektrik zu tun hat. Wir sind hier komplett vertreten mit der kompletten Ausbildungsabteilung, Industriemechaniker, Mechatroniker, alle möglichen kaufmännischen Berufe, also Fachinformatiker für Anwendungselektronik beispielsweise, Industriekaufmann. Das sind alles Sachen, die wir hier dann auch erklären. Das ist eben total förderlich, dass wir das Ausbildungszentrum haben, mit den verschiedenen Maschinen, die wir auch nur für uns Auszubildende sind. Voraussetzung ist ja natürlich auch die Technikaffinität. Und die erste Frage war natürlich, die ich auch gestellt hatte, ob es halt Leute in der Gruppe dabei sind, die vielleicht auch zu Hause bei der Familie immer der Ansprechpartner sind, wenn es mal Probleme gibt. WLAN funktioniert nicht oder sowas. Das sind genau die Leute, die sich vielleicht in den IT-Bereichen auch bewerben sollten. Gefragt wurde vor allen Dingen so nach, was so das Ausbildungszentrum oder die BSR generell besonders macht. Dann natürlich klassische Sachen wie, wie viele Ausbilder haben wir, was ist so die Vergütung bei uns, Arbeitszeit natürlich auch ganz wichtig, wie viel Pause haben wir. Es waren viele Leute da, von jung bis alt und haben viele Fragen gestellt, viele Fragen konnten beantworten. Es wurden sogar schon erste Gewerbungen eingereicht. Alles Witz. Ach, funktioniert ist ab, muss man, ist auch einfach, Pauline fährt jetzt. Bestes